Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt. Ich brauche jemanden, der mir lebt, der mir lebt, der mir lebt. Ich habe auch noch nicht von Camino gehört. Überprüfen wir die Koordinaten von Dex in den Jedi-Archiven. Mal sehen, ob wir mehr herausfinden können. Ich kaufe euren kaputten Drohini. Ich mache bessere Preise als die Javas. Ich habe die Hand von Dex in den Jedi-Archiven. Müsst ihr über den Planeten fliegen? Steigt ein! Wo soll es denn hingehen? Alles bereit. Gute Fahrt. Danke, dass ihr mit uns geflogen seid. Viel Spaß im Senatsbezirk. Oh, das war's. Planetarer Transportdienst. Wir bringen heute ein Ziel. Bis zum nächsten Mal. Okay, R4, lade die Koordinaten ins Terminal hoch. Laut Dex sollte Kamino genau hier sein, aber da ist nur leerer Raum. Hm, einen Planeten verloren, Meister Obi-Wan hat. Wie peinlich. Da ist einfach nichts. Der Umriss der Gravitation verbleibt. Sehr gut. Begib dich zum Zentrum der Gravitationskraft und finden deinen Planeten du wirst. Aber Meister Yoda, wer könnte Informationen aus den Archiven entfernen? Das ist unmöglich, oder? Nur ein Jedi könnte diese Einträge gelöscht haben. Aber wer und warum? Schwer zu beantworten. Meditieren darüber ich werde.